Jetzt kommt eine wunderbare Aufgabe nochmal zu dem Thema zeitliche Perioden und wie man sie abbildet mit diesen periodischen Winkelfunktionen wie Sinus und Cosinus. Der Höchststand der Sonne erleben wir jeden Tag. Zenit wandert im Laufe eines Jahres vom Äquator ca. 21.3. Am 21.3. ist sozusagen am Äquator die Sonne im höchsten Stand im Zenit. Zum nördlichen Wendekreis, das sind 23,5 Grad nördliche Breite und da ist er dann am 21.6. am höchsten die Sonne. Zurück zum Äquator 0 Grad ca. am 21.9. Dann zum südlichen Wendekreis, das ist 23,5 Grad südliche Breite und dann ca. 21.12. ist es da, eben beim südlichen Wendekreis 23,5 Grad und schließlich ist es dann wieder zum Äquator am 21.3. Da ist es dann wieder auf 0 Grad. Okay, also was können wir uns hier erst einmal für eine Skizze machen? Hier haben wir ja die Erde und sagen wir mal die Erde, die teilen wir jetzt hier mal so und dann ist hier 0 Grad. So. Und von der Höhe her hätten wir jetzt hier nach oben hin nördliche Breite 23,5 Grad. Ist dann hier 23,5 Grad und theoretisch hier nach unten, da das bezeichnen wir als minus 23,5 Grad, weil es einfach südliche Breite ist, nehme ich das jetzt als Minus und somit haben wir dann jetzt hier unsere, äh, unsere 0 Grad und theoretisch, wenn man sich jetzt überlegen würde, dass das eine Sinusfunktion ist, dann würde diese Sinusfunktion jetzt hier, keine Ahnung, vom Äquator her, ähm, die würde dann ungefähr dann so laufen. Was haben wir beim Äquator? Beim Äquator haben wir die 0 Grad, die 0 Grad, das heißt vom Äquator und dann geht es vom Äquator zum nördlichen Breite, ist es dann erstmal hier am höchsten, dann geht es zurück zum Äquator und dann geht es runter zur südlichen Breite und dann wieder so hoch. Okay, also und dann landet es wieder beim Äquator. Das wäre so eine Periode, wie die Sonne laufen würde und wo die Sonne eben ihren höchsten Stand hat. Ich finde das mega interessant und wenn man das hier jetzt schon so sieht, dann sieht man schon, dass es so eine Art sieht, dass es halt eben so eine Sinusfunktion ist. Aber hier ist jetzt noch angegeben, dass wir vom 1. Januar jetzt ausgehen sollen bei der Modellierung unserer Funktionsgleichung. Okay, erstmal würde ich gerne die zeitliche Komponente hier ausrechnen, das ist unser Omega. Dieses Omega berechnet sich immer durch 2 Pi durch T, ist gleich 2 Pi und das T sind hier 365 Tage, also ein komplettes Jahr. 365 Tage. Hat ja ein Jahr meistens, also gut, gibt manchmal Schaltjahre oder so, aber wir rechnen jetzt mal mit 365 Tagen. Und ja, was kommt da raus? Wenn man das jetzt in den Taschenrechner eingibt, kommt da raus 0,0172 Tage pro Tage sozusagen. Ja, das nimmt man jetzt erstmal einfach so hin. Das ist die zeitliche Komponente und das ist in unserer Funktion hier das Omega. Jetzt können wir aber noch mehr Sachen eigentlich schon hinschreiben. Wir haben hier A, das ist die Amplitude. Wir haben um 0 Grad geschwungen symmetrisch, das heißt eine Amplitude hat 23,5 Grad. Also A ist gleich 23,5 Grad. Also A ist gleich 23,5 Grad. Da haben wir A schon mal. Das ist die Amplitude, sieht man hier wunderbar. Ist nach oben und nach unten hin jeweils 23,5 Grad. Und was ist das D? Das D ist die Verschiebung in Y-Richtung. Wir haben ja hier um 0 rum symmetrisch geschwungen, also ist D gleich 0. Wir haben also keine Verschiebung in Y-Richtung. Können wir auch hier schon hinschreiben. Ja, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, also wir haben jetzt A und wir haben D. Und jetzt fehlt uns nur noch unser beliebteste Buchstabe. Das ist immer dieser hier. Der ist immer ein bisschen am schwierigsten, aber auch hier eigentlich kein Thema. Denn wir haben ja hier bei 0 Grad sind wir am Äquator. Am Äquator sind wir am 21.3. Aber wir sollen jetzt hier am 1. Januar anfangen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Verschiebung in X-Richtung. Das heißt, es ist eine Frage danach, wie viele Tage vergehen zwischen dem 1. Januar und dem 21.3. Denn das ist ja unsere Verschiebung, die wir haben. Würden wir am 21.3. anfangen, dann würden wir hier sein. Da wäre der 21.3. Da ist am Äquator, ist da die Sonne am höchsten. Wir fangen aber im 1. Januar an. Das heißt, wir müssen diese ganze Sinus-Funktion jetzt verschieben. Und zwar in positive X-Richtung. Also müssen wir ausrechnen, wie viele Tage vergehen zwischen dem 1. Januar und dem 21.3. Also 1.1. bis 21.3. sind 79 Tage. Und diese 79 Tage, das ist hier mein T0. Das ist meine Verschiebung auf der X-Achse. Das heißt, jetzt habe ich alle Bestandteile und ich kann die Funktion jetzt zusammensetzen. Ich zeige sie dir übrigens auch gleich nochmal in meinem Grafikprogramm. Das ist ganz interessant, das mal zu sehen. Deshalb guckt ihr auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Also wir haben hier f von t, also eine Funktion, die abhängig ist von der Zeit, ist gleich 23,5 Grad. Das ist unser a mal Sinus von Omega. Achso, Omega habe ich ausgerechnet, kann ich einsetzen. 0,0172 pro Tage mal Tage, also Tage könnte man hier eigentlich auch einfach mit T dann bezeichnen, mal Tage minus 79. Das ist jetzt, auch wenn sie ein bisschen komisch aussieht, aber unsere Funktion, ja, das ist unsere Funktion. Zack, also mit T kann ich es nicht bezeichnen, weil das ist ja hier einfach nur eine Einheit Tage und T ist wie unsere Variable X hier zur Hand haben. Also Tage ist hier wie Euro oder irgendwas, also einfach nur eine Einheit. So, das ist jetzt die Funktion und die hauen wir jetzt mal in den Grafikprogramm rein und gucken uns die mal an. Zack, da ist sie. Sie sieht im Grunde aus wie eine Sinusfunktion, aber schau mal, ich mache dir mal dazu die Sinusfunktion an. Die ist viel, viel kleiner. Das liegt natürlich auch an der Amplitude. Hier haben wir einen Faktor von 23,5. Das heißt, diese orangene Funktion ist 23,5 mal größer von dem Ausschlag her als unsere Ursprungs-Sinusfunktion. Deshalb, ja, macht das natürlich Sinn, also die brauche ich jetzt hier nicht weiter einblenden, die kann ich sicherlich wieder ausblenden. Aber was sagt uns hier diese Grafik? Die sagt uns hier, dass am 21.03., das ist ungefähr hier, das ist 0 Grad, da sind wir am Äquator. Ach nee, Moment, äh, 21.03., ach so, ja genau, das ist der Sonnenhöchststand, ist hier am Äquator am 21.03. Der Sonnenhöchststand ist nach, keine Ahnung, 100 und ein paar zerquetschten Tagen, ist der hier beim nördlichen Breitengrad 23,5 Grad. Und dann wiederum im, keine Ahnung, nach 312 Tagen oder irgendwie sowas in September, ist er dann angelangt beim südlichen Breitengrad bei minus 23,5 Grad oder beim südlichen Breitengrad eben 23,5 Grad. Und so sieht man, wie die Sonne immer ihren Höchststand hat im Verlauf des Jahres. So, dann ist das Jahr vorbei, bei 365 Tagen, dann siehst du, ist er wieder am Äquator, äh, beziehungsweise dann ist das Jahr vorbei, nee, dann ist er nicht am Äquator. Ähm, doch, hier ist er am Äquator wieder, nach einer gewissen Zeit erst dann. Äh, und dann geht er sozusagen wieder hoch und es wiederholt sich, es ist ein periodischer Vorgang. Hier hast du nochmal die einzelnen Komponenten, ähm, hier wurde so ein bisschen gerundet, deswegen gibt es hier leichte Abweichungen, aber es ist im Grunde, ist das die Grafik dazu. Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, wir haben, die Sonne haben wir den ganzen Tag hoffentlich und, äh, so kann man sehen, dass es einfach eine periodische, zeitliche Abhängigkeit hier ist. Also, wenn du merken musst, wenn man Sinus-X ableitet, kommt Cosinus-X raus, wenn du Cosinus-X ableitest, dann kommt aber Minus-Sinus-X raus und wenn du Minus-Sinus-X ableitest, logischerweise dann mit Minus-Cosinus-X. Weil ja, Sinus-X ableitet, Cosinus-X und dann steppst du dir das Minus-Zeichen hier noch mit, das soll gar nicht klar sein. Also, eigentlich musst du dir nur merken, Sinus ist Cosinus und Cosinus ist Minus-Sinus, wenn du es ableitest. Bis zum nächsten Mal.